Hallo und herzlich willkommen zurück zu Persona 4 Golden. Wir stehen wieder im Klassenzimmer und schauen mal, ob wir Naoto nicht schon irgendwo hier finden, weil wir haben in der letzten Folge eine eigenartige Karte bekommen von einem eigenartigen Mann und die sollen wir ihr geben. Das ist nur die Frage, wo treibt die sich rum und können wir, wenn wir uns bei Juness alle treffen, ihr die Karte auch da geben? Müssen wir mal gucken. Da hinten steht Riese. Da ist Naoto. Oh, Oniko-san. Danke, dass du mich gerettet hast. Tut mir leid, aber ich brauche Zeit, um über etwas nachzudenken. Naoto grübelt über etwas nach. Du musst wohl auf eine passende Gelegenheit warten, damit ihr euch näher kommen könnt. Du erinnerst dich, dass der Mann in Schwarz dir eine Karte gab. Die Karte geben. Was ist das? Er meinte, ich würde es schon verstehen? Was soll das heißen? Entschuldige, aber würdest du mich eine Weile begleiten? Ich würde gerne wissen, wie du diese Karte erhalten hast. Bitte, es dauert nicht lange. Samigawa Flussauer. Es ist neblig. Entschuldige, ich wollte, dass wir uns an einem ruhigen Ort treffen. Wer hat dir den gegeben? Ein Mann mit seiner Sonnenbrille, ein Mann, der dich kannte, ein verdächtig aussehender Mann. Also eine Sonnenbrille hat auf jeden Fall getragen, ja. Eine Sonnenbrille? In dieser Stadt würde sowas sofort auffallen. Wir können daraus schließen, dass er auf keinen Fall erkannt werden wollte. Er muss sich ebenfalls gut kennen. Sonst hätte er dir nicht diesen Brief anvertraut. Aber dies ist eine kleine Stadt. Er hätte ganz leicht meine Adresse rausfinden können. Warum also hat er dir diesen Brief übergeben? Interessant. Eigentlich war es ja eine leere Karte, die wir bekommen haben. Oder hat er irgendwas mit dem Fall zu tun? Oder einem anderen? Wenn er hinter mir her ist, käme jeder in Frage. Oh, ich behalte dieses Papier. Vermutlich hält sich der Mann noch in Inaba auf. Ich darf dich da nicht reinziehen. Mitgefangen, mitgehangen. Ich helfe dir, du bist ein Mädchen. Gehen wir gemeinsam nach Hause. Also das ist ja wirklich ne dämliche Antwort, oder? Mitgefangen, mitgehangen. Was? Ähm, naja, es ist gut zu wissen, dass du dich um mich sorgst, aber... Entschuldige, ich verstehe die Gefühle anderer Menschen oft nicht. Yosuke hat mir das bereits gesagt. Ich werde dieses Papier überprüfen und dir dann Bescheid geben, keine Sorge. Als unser Anführer weiß ich, dass du viel zu schultern hast. Also... Naoto macht sich Sorgen um dich. Du gewinnst einen völlig anderen Eindruck von Naoto als bei eurem ersten Zusammentreffen. Du spürst den Keim einer Bindung zwischen dir und Naoto. Ja, okay. Du bist ich und ich bin du. Du bist eine neue Bindung eingegangen. Sie bringt dich der Wahrheit näher. Du bist gesegnet, wenn du Personas mit dem Arcana Fortuna erschaffst. Du hast den Social Link Naoto Chirugane des Arcana Fortuna errichtet. Du erlangst einen EP-Bonus, wenn du Personas des Arcana Fortuna fusionierst. Entschlossenheit von Naoto im Kampf wurde erhöht. Naoto erweckt jetzt im Kampf Verbündete am Boden. Nice. Wenn wir schon hier sind, können wir ein wenig plaudern? Es gab da etwas, was ich dich fragen wollte. Ihr habt euch über einige Aspekte des Falles ausgetauscht und seid dann nach Hause gegangen. So. Gleich mal wieder speichern. Können wir eigentlich auch nachts Käfer sammeln? Ja, es geht. Käfer haben sich um den Baum versammelt. Du hast das Netz mit perfektem Timing geschwungen. Meju-Grille, Inaba-Prachtkäfer, Meju-Grille und Inaba-Prachtkäfer. Heute ist sie nicht da. Ist auch nicht jeden, jeden Abend hier. ins Bett gegangen. Zeit mit Naoto. Zuhause gelesen. Nachhilfejob. Ja, wir gucken noch am Flussufer vorbei. Und wenn hier auch nichts ist, gehen wir nach Hause. Dann lesen wir mal noch weiter. Album anzeigen? Was ist ein Album anzeigen? Wessen Album willst du lesen? Das ist doch neu, oder? Achso, das sind quasi die Erinnerungen der Social Links. Auch bei Chi sind wir verliebt. Nanako haben wir auch auf Rang 10, ja? Okay, das sind hier auch nur meine Zehner wahrscheinlich. Lies ein Buch, ja. Der Weg des Tees. Da fehlen uns noch zwei Kapitel. Die müssten wir ja jetzt fertig lesen können. Verschiedene Tee-Zeremonien aus unterschiedlichen Regionen werden sehr detailliert beschrieben. Es kommt dir so vor, als würdest du jetzt genug, um so gut wie jedem etwas über Tee-Zeremonien beizubringen. Da du schnelles Lesen zu Ende gelesen hast, hast du mehr geschafft als sonst. Du hast Der Weg des Tees fertig gelesen. Dein Wissen hat sich wesentlich erhöht, deine Redeweise hat sich erhöht. So, Sonntag. Heute hast du schulfrei. Im Moment kannst du nur abwarten, wie sich die Lage entwickelt. Morgen beginnt die Abschlussprüfung. Was möchtest du heute tun? Genau, Homeshopping. Wollte ich gerade sagen. Vielleicht können wir ja wieder was im Homeshopping-Kanal kaufen. So. Wir haben unseren kompletten Bestand verkauft. Vielen Dank, dass ihr bei unserem Sale dabei wart, Leute. Das war's für diese Woche, aber nächsten Sonntag gibt's eine neue Chance. Bitte was? Wir konnten noch gar nichts kaufen. Ich hab nur irgendwas mit Gasmasten gelesen. Man hat das Gefühl, selbst hier in der Wohnung ist der Nebel schon drin. Bis abends ausgehen. Ja, was soll man sonst tun? Ein paar Setzlinge. Ja. Alles klar. Wir gehen mal nach Juness. Oh, was ist mit dir? Ach, du Schande. Da. Du verstehst kein Wort von dem, was ja vor sich hin murmelt. Rito. Das muss man wahrscheinlich sich aufschreiben. Ob im Shopping-Viertel auch welche davon rumlungern? Oh, Marie. Oh, du bist da. Marie ist bedrückt. Da du Kushinada hast, eine Persona des Arcanas Eon, könnte dir zueinander passen. Du fühlst, dass sich deine Beziehung zu Marie vertiefen wird. Den Tag mit ihr verbringen. Ja, bitte. Oh, sie ist ja sehr begeistert. Dann gehe ich. Marie nickt leicht. Du gehst mit Marie an einen Ort, an dem sie zur Ruhe kommt. Samigawa-Flussufer. Du hast Marie hergebracht. Sie ist schweigsam. Es ist neblig. Schon wieder Nebel. Immer ist es neblig. Ich hasse diesen Nebel. Der Nebel scheint Marie zu stören. Was ist nur mit ihr los? Hey, ich will einen Delfin sehen. Bring mir einen Delfin. Ich zähle bis drei. Bei drei will ich einen Delfin sehen. Haben wir uns verstanden? Marie wirkt heute besonders reizbar. Eins, zwei, drei. Hey, wo ist mein Delfin? Hallo? Das ist doch dumm. Hast du wieder Kopfschmerzen? Nein, tut er nicht. Er tut nicht weh, solange ich nicht zu viel denke. Marie wirkt abwesend. Das ist jetzt egal. Ich habe aufgehört zu versuchen, mich zu erinnern. Es ist sinnlos, nach Antworten zu suchen und sich am Ende doch keinem Reim darauf machen zu können. Feigling. Gib nicht auf. Was soll ich denn tun? Ich kann mich nicht erinnern. Ich erinnere mich an nichts. Vom Nachdenken bekomme ich Kopfschmerzen. Und selbst wenn mir etwas einfällt, entgleitet es mir sofort wieder. Ich hasse das alles. Blödmann. Idiot. Lass mich einfach allein. Ich hasse das alles. Mein Kopf tut weh. Ich will mich doch nur erinnern. Du kannst Maries Herz der reißende Verzweiflung spüren. Du verstehst Marie jetzt noch besser. Rang 8. Der Social Link Marie hat Stufe 8 erreicht. Deine Machtpersonas des Arcanas Eon zu erschaffen ist gewachsen. Vergiss es. Ich habe die Schnauze voll von allem. Von meinen Erinnerungen, diesem Nebel. Mir geht es besser, wenn ich nichts weiß. Ich wünschte, alles würde einfach verschwinden. Du bringst Marie zum Velvet Room zurück und gehst heim. So. War ja kein sehr schönes Date. Dann werden wir mal weiterlesen. Schädlingsratgeber. Du beginnst Schädlingsratgeber zu lesen. Eine enthusiastische Abhandlung über Insekten. Jedem sind zwei Farbseiten mit etlichen Infos gewidmet. Viele Diagramme zeigen das menschliche Skelett und die Verdauungsorgane. Du bekommst Gänsehaut. Da du schnelles Lesen zu Ende gelesen hast, hast du mehr geschafft als sonst. Einige Seiten sind aber noch übrig. Ja, können wir morgen weiterlesen. Von heute bis zum Wochenende findet die Abschlussprüfung für das zweite Trimester statt. Du solltest dich schnell auf den Weg zur Schule machen. Alles klar, es geht los. Yo. Zieh dir das Wetter rein, Alter. Was soll das bitte? Das ist total strange. Hast du schon mal von sowas gehört? Ach ja, und heute beginnen auch noch die Abschlussprüfungen. Aber darum geht es jetzt gerade wirklich nicht. Was passiert jetzt? Ich mache mir auch Sorgen. Ich dachte, es sei nur ein Gerücht, dass der Nebel schädlich ist. Aber jetzt werden reihenweise Leute krank. Und das sind alle möglichen durchgeknallten Gerüchte im Umlauf. Mann, mir gefällt das alles echt überhaupt nicht. Erster Tag der Abschlussprüfung. Wo liegt der Ursprung der französischen Küche? Oh Gott. Spanien, Italien oder Japan? Wir haben das gehabt, ne? Aber... Ich mache Spanien. Du hast bei deiner Antwort kein gutes Gefühl. Worauf bezieht sich das Wort Figur in Figur Skating? Geometrische Form? Du glaubst, das ist die richtige Antwort. Zweiter Tag der Abschlussprüfung. Wer ist in der größten ägyptischen Pyramide begraben? Wie nennt man ein Buch mit Landkarten? Atlas. Das war leicht. Du hörst eine Unterhaltung mit. Wir müssen den Club bald dicht machen. Es sind einfach zu viele Leute krank. Wann verschwindet dieser blöde Nebel endlich? Aber Senpai, die Leute, die nur einfach zu faul sind, tauchen doch auch nicht auf, oder? Ihr könnt den Club doch mit denen weiterführen, die noch da sind. Vielleicht wurden durch den Nebel einfach die aussortiert, die eh nicht mit dem Herzen dabei sind. Wie? Naja, so kann man das auch sehen. Dritter Tag der Abschlussprüfung. Welches Wort entstand aus dem Begriff Bride Ale? Bridal? Bridal? Was für ein Vogel ist der Kanko-Dori? Äh, Kuckuck, ne? War das. Ja. Vierter Tag der Abschlussprüfung. Zu welchem Land gehört der Südpol? Japan, Australien, keinem Land. 011235813. Wie nennt man diese Folge? Fibonacci-Folge. Oh, oh. Du hörst eine Unterhaltung mit. Hey, hast du schon gehört, was im Midnight Channel zu sehen war? Jemand hat gesagt, er hat ihn eingeschaltet und hat Bilder von Inaba gesehen. Total zerstört. Hä, meine Freundin hat gesehen, wie Inaba vom Nebel verschluckt und in eine andere Dimension verschwindet. Sie meinte, es sind auch Monster aus dem Nebel gekommen, wie in dieser einen Geschichte. Ist dir das auch aufgefallen? Seit dieser Nebel da ist, können manche Leute den Midnight Channel auch sehen, wenn es gar nicht regnet. Unsere Stadt wird immer verrückter, oder? Ich glaube, wir sollten uns den auch mal anschauen. Fünfter Tag der Abschlussprüfung. In welcher Füste findet man die Velvitchi? Äh, Nami, oder? Ja. Was wird als Reiskuchen bezeichnet? Mochi. Bisher haben wir nur eine Antwort falsch gegeben. Das war gleich die erste Frage. Mann, der Nebel verschwindet einfach nicht. Im Wetterbericht hieß es, dass es bald schneit. Aber was passiert, wenn der Nebel dann noch da ist? Wow, wo kommt ihr denn her? Wow, ihr seid ja richtig viele. Wir haben uns vorhin zufällig getroffen, also sind wir zusammengekommen. Der Nebel ist so dicht, dass man rein gar nichts mehr sieht. Deswegen bilden jetzt alle Leute kleine Gruppen. Es ist echt komisch in letzter Zeit. Und dann ist es auch noch so kalt. Ich habe richtig Angst, weil ich nichts sehe. Kann ich ganz nah bei dir bleiben, Senpai? Immer dasselbe mit der. Aber man sieht wirklich so gut wie gar nichts. Es ist genau wie in der anderen Welt. Leute, setzt eure Brillen auf. Als du deine Brille aufsetzt, siehst du plötzlich viel klarer. Boah, ich kann alles sehen. Was zur Hölle ist hier los? Die Brillen sollten uns in der anderen Welt gegen den Nebel helfen. Aber unter normalen Umständen würde keine Brille einem Nebelfeld die Sicht verbessern. Dringt der Nebel von drüben vielleicht in unsere Welt ein? Aber da muss ja noch irgendwo ein Tor offen sein, oder? Glaubt ihr das etwa echt? Ich dachte, ihr ignoriert mich wie üblich, weil Chi mal wieder Unsinn redet. War nur so ein Gedanke. Die Stimmung wird düster. Jedenfalls sind heute die letzten Prüfungen, oder? Bringen wir es hinter uns. Dann können wir uns nach der Schule in unserem Hauptquartier treffen. Wow, den Namen haben wir eine ganze Weile nicht verwendet. Der letzte Prüfungstag. Du konntest alle Fragen beantworten. Du bist mit deinen Antworten zufrieden. Nach diesem Punkt werden sich die Ereignisse in der Story überstürzen. Es wird dringend empfohlen, jetzt zu speichern. Möchtest du das Spiel jetzt speichern? Ja, das machen wir einmal hier. Und ich würde auch einen Sicherheits-Slot auf Platz 4 nochmal erstellen, für den Fall der Fälle, dass wir den hier oben aus Versehen überspeichern. Gut, wir sind jetzt an der Stelle angekommen, Leute. Ja, jetzt wird es kritisch. Jetzt kommt es wirklich auf die Entscheidung an, die wir treffen, um das gute Ende zu erreichen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich werde die Folge jetzt an dieser Stelle hier beenden und bedanke mich vielmals wieder fürs Zuschauen. Also, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.